so geht los ok keiner ist ja schon post ist ja von uns 12 ich bin glaube 10 10 oder 9 ich habe einen glaube ich ich ziehe kart, ich nehme doppel ich bin 8 6 1,3 grad 7 5 hat ne red 5 hat ne red ok manch ist weg 1,2,1 nicht mehr weg der hat noch 1,2 auf 3 alles gut ok ok Achtung Alva äh Alva sag ich schon Shadow Achtung ich komme was das hat mein oh das hat mein Schroom nicht der dritte hat ne bombe vorsicht ja ich bin weg ist er noch top 2 mit abstand ist er noch top 2 gegner ist 3,4 g auf 11 Achtung bananen card drin linke seite ungefähr Achtung shadow einer hat ne green gezogen mit nem boom Achtung wow die bombe wow oh god sind noch top 2 gegner 3 abstand aber hab nur ne schlug gerade gegner 5 hat bombe oh oh 1,3 äh top 2,4 triple green ist auf 4 und der auf 3 setzt dann gleich auch ne dodges ein wenn ihr welche habt ja der würde dann gleich kommen Achtung green kommt vor hab ihn ich bin weg Achtung los bin weg shadow nicht erschrecken ich komme jetzt vorbei ähhh wow bin 6 Stern an top 2 ist du ah ich hab triple green ist drüste gehen wir auf 12 die haben noch blue ah bin 5 top 2 5 top 2 5 ja top 2 5 und bitte an die position das mal durchgehen denken ja 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 hat gepasst hat alles gepasst ich habe ja gesehen dass er das spot verloren hat das habe ich auch gekauft also ich meine strecke was super ist echt wichtig öfters mal durch das ist echt wichtig das hat er gemacht weiter so menschen guter start ja sie lexen schon real wenn ihr die direkt trifft und die haben trüppel bananen oder so rum werdet ihr nicht gleich geohnt ich habe gerade gerannt aber ich habe ich wurde nicht getroffen gut das ist mal positiv stark stark das ist mein vierter pick kurani na der kevin kevin kurani du kannst du kannst du kannst die menschen mache ich so die schottschall start durch den streamer und das lustige sehen hier las was für eine komo bist du noch mal war los gut hier wieder hardcore wegen oder dann ist mir nicht ich singe was ist denn ich wir haben noch ich habe trüppel jetzt auch 80 ready top 4 ist sogar noch besser ich habe ein ghost of sex kann ich hatte hier ja kannst du kannst du nicht schulst und nur wird ja gerade top 5 top 5 und ich habe jetzt draußen auf 5 ich versuche noch mal harten zu ziehen top 5 immer noch was darf wegen der trüppel grins lauze pass auf der konkrete sagt er kommt blu kommt blu kommt blu kommt achtung las ich komme vorbei das 3 top 5 aus aus hinweg top 4 noch top 4 ich bin weg ich bin weg ja ja top 3 müsst ihr verrichten card 7 habe jetzt eine blu sind im bullet achtung ich bin los ich wechs beim green es gibt es noch ein alter top 5 und sex let's go ja 5 und 6 auch noch und naja aber sehr gutes rennen was wollt ihr drei vorne oder die zwei besser gesagt mir ist egal was wir wollen wir die k können wir können was habe ich verbrochen dass sie so viel pech hat man spielst im k aber wenn ich was nicht erst geeignet gewesen weil die ja top top spots ja das wäre auch ja 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 die k und ich das ist die einzige verbundenheit in dem spiel ich werde versuchen wenn ich als erstes ganz links zu nehmen let's go ja oh ich habe zurück über 9 gezogen sorry noch 3 ok ich habe halt insgesamt 3 9 gezogen zwar keine mehr nur spray schreck und dann ist es trail auf 2 nicht jetzt bin ich dazu ich gehe da ok ja die sind aber ganz knapp und mit Bin 10 7, 9 Äh, es wird grad geknappt, ich glaub die überhören mich gleich Ah, Fireblume Das ist grad absolut peinlich, wie ich in sich fahr, ich hab ne Blue Hey, wir sind eins Ja, ich halt Äh, Fireflower Okay Ich hab mich nicht getragen, wie Oh, come on Ist jemand auf 3? Nee Fein Ich schwere dich Äh, Banane mit dich, äh Brücke Ja Oh mein Gott Pflanzern auf 7 L11 Kann ich kurz Äh, was? Äh, ich glaub schon, ja Ja Was war das, Alter? Äh, Shadow, Shadow bist du 2 noch? Ich bin auf 3, ich bin auf 3, aber Okay Alles gut, ich hab den weggelassen Ich bin 8 Ich setz gleich Bill ein im Cut Ja, ich bin wieder auf 2 Bin in Bill auf 10 Manchi aufpassen Gegner hat Ghost Gegner hat Ghost Na las, Achtung Vier jetzt 3 Jetzt schwer auf 2, ja Top 3 Bin weg Gegner ist 3 Ich sag an, ich sag an Roll oder? Ja Gegner hat geschmissen Gegner freueu auf 7 Top 3 Ich halte Ghost Ich halte Ghost Ich hab ne Red und Triple True Das kann gut gehen Ich halte die Red und die Red Aber warte, warte, Shadow ist hinter uns Ja, ja Ja, ja Ich warte Ich bin im Ghost of 3 Ich bin im Ghost of 3 Ich wurde groß geschockt Äh, ich wurde geschockt Ich bin im Top 2 Top 2 Ne, Top 3, gell? Top 3, ja Sehr schön, sehr schön Bill of 9 Sehr schön Sehr schön, sehr schön Sehr schön Danke, dass ich mal Glück haben darf, Spiel Danke, danke fürs Zuhören Puh Gerne gang Warum ist mein Bill of 1 Mal komplett nach unten? Top 2 6 8 9 Ok Top 3 nach Overall Das ist echt immer wichtig, die 1 zu holen Das kann nicht viel aussehen Mensch, es tut mir so leid, ne Ich habe einfach Triple Nana's Incident gezogen Ja, konnte ja nichts mehr Ja, da kannst du nichts machen Ja, da kannst du nichts machen Äh, Top 2 Patrico, wüsst du DHC? Gerne Für dich? Ok Da bin ich auch dabei Ja Bin schon mit mir gefahren Alter, ich bin so eine Scheiße zusammengefahren Und dann am Ende Und am Ende ziehe ich, äh, will ich ein Bill setzen Bei der Flugpassage Und der geht einfach straight nach unten Der Arsch Ich mein, der von Menchie fliegt ganz normal meiner Niummm Ein bisschen zu spät Ich glaub, solange wie mein Bill gehalten hab, hab ich sie so glaub sogar genommen Obwohl ich nicht einmal weiß bei Decay wo da eine Bill Passage ist Auf der Brücke, beziehungsweise auf der, ähm, Rampe da Nach den zweiten Items Boah, das muss ich mir nochmal anschauen, wo ich den gezündet hab Hm Oh Gott Wie kann man sowas freiwillig wählen? Das ist eine gute Frage, ich kann sie nicht Ich kann sie wenigstens fahren Ja, es ist bei der Erziehung schief gelaufen Ich kann sie wenigstens fahren, Herr Gist, deshalb Ich kann sie wenigstens fahren, Herr Gist, deshalb Wenn Feier nicht da ist Der ist widerlich Der ist echt widerlich Das ist echt widerlich Detailgetreu ist zwar eine der schönsten Strecken, aber so, hm, man müssen sie nicht fahren Ja Ja So, let's go Achso, ich bin schon weg Ja Jo Ich kann auch die Boote zu drinnen Vier unter Ich kann die Fliegerboote Brauch ich Äh, ich geh mal auf W CT2 Ja Hab ich getrailt Ich hab Trailer für eins draus, ne Neun Cut, acht Acht Neun Was ist hier oben rum? Lauf zwölf Sieben Neben dir, Pavi Oh, fuck Ach, du scheiße Ich bin auf neun Ich mach das verrückt, das Ah, zehn, zwölf haben wir grad hinten Bombe raus Was machst du denn? Ich hab ihn, glaube ich Hast mich auch Der hat ne Red geschmissen, der hat neunte Ja, ja, ich bin weg Die sind jetzt seins Äh, den bist der andere Die sind auf zwei Ich bin auf fünf Dann drei Jo Hier Achtung, Rollo, der hat noch Greens hinter dir Äh, ich hab Eine Pflanze auf fünf Ich hab Ghost auf Hä? Hat schon Hab ich? Egal Habt ihr was vorne? Ich hab Ghost Hm Okay, activate Ja, hast mich schon Ich hab Schocke jetzt im ersten Spot Okay, habt ihr, habt die Was ich? Noch nicht Gegner, Helden auf Sterne Wir müssten Warte mal, ich warte, ich warte Ich versuch Wir dürfen nicht zu lange machen Ah, ich warte Gegner Headdodges Oh shit, das war ja Nicht zu lange Die sehen den Lasst den, lasst den Erst nach den Items Schmacht, Countdown einfach Hm? Ja Oh, ich hab 3 Es ist hoch, 1 Schock Oh, jetzt hab ich nichts gezogen Loll Ja, wir haben die groß gejoggt Krieg ne Pflanze einfach Hat wenigstens was gebracht? Schöpfe jetzt auf 3 unten Oh mein Gott Okay, ja Ach Ellen, du warst es? Ja, ja, das ist okay Also hat er wenigstens was gebracht 3, 4, 5 Ja, ja, das ist okay Laos ist vorgekommen Das war schon Okay, sehr gut 3, 4, 5, 8 Ich müsste Meines, ich bist da nicht reingefahren Ich hab erst schon gedacht, dass ich einen goldenen vor dem Stern bekommen Das ist so dumm Die haben Top 2 Wir haben 2, 3, 4, 4 3, 4, 5, 8 Und 10, 11 Ja Die Und die GBA Gerne GBA Marius Piste Ja Wäre, glaub ich, besser für euch hinten Weil ihr alle hinten seid Ich mein, wir haben Top 3 Wir haben halt 3, 4, 5, 8 Ja Das passt Das passt Ah, okay, gut Jetzt müssen wir halt noch aufpassen, dass die Ich hab die jetzt noch nicht beobachtet, ob die wirklich Becken gehen oder so Ja, aber wenn der Rest besser wäre, wäre TM angebracht gewesen, ne? TM wär auch ne Wär auch ne Wär auch ne Möglichkeit gewesen Aber da hätten wir glaub ich Noch mehr Mittelspots gebraucht Ja Okay Mal 3, 4, 5, 8 Hätte ich mal schon machen können, aber RMC ist genauso gut Ja Okay Du es brauchst Wenn es kommt Was ist TM? Twisted Nation Wuselwusel Ja, okay Okay Counter Los Ja Bobby geht da auch nicht Das ist kein gutes Zeichen Komm schon Roomcrate Oh, schade Dann kann ich doch nicht aufs Klo Ach Gott sei Dank Das könnte ich heute nicht auch noch brauchen Komm, RMC Ah, komm Ah, schade Ah, nicht ganz Ah, scheiße Schon, ne? Ja Der erste ist ein Balker Ja Oh, dies, die Hm, du? Ich hab dies Connect, ja Okay, dann schnell wieder reinschauen Und deinen Bot beobachten Also 50 habe ich jetzt nach 49 Draußen auf 5 Drafter Ja, Pus, Pus Wartet Lass Lass dabei Spiel aufs Weißerste Links Äh, bin hinter dir Lars Okay Bin hinter dir Männchen Ja Sind wir zu viert auf pink hintereinander Beim pinken Weg legen jetzt gleich 3 Bananen, passt auf, in der nächsten Runde Pinker Weg 3 Bananen Direkt, äh, cut 5 Auf 6 Ah, okay, das war's mit dem Cut Oh, es haben zwei Deese sogar Okay, eine von der und eine von der Jesus Bin jetzt 1 Äh, Top 3 1 2 Oder Top 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 225 hat auch eine komfort habe ich bin hinter dir in vier vorsicht die banane sind ich habe gerade noch feier ich konnte nichts machen jetzt weg bis weg ist weg mit zwei wenn drei ich habe jetzt gleich wieder wenig pass auf die kommen jetzt gleich raus ich hause ich bleibe mal kurz stehen kommen team player machen das schlums und sterne auf 87 ich glaube hier karte sie kommt auf 6 und 6 ja perfekt gegner ist 5 ich bin vier bist du auf double schiller oder nicht okay ich habe ja ich muss mich halten die hat mich egal ich hatte noch schlums alles gut okay es wurde er immer noch top 3 perfekt gut 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 die bedingt er wäre es gerne wasser jemand anderes macht was anderes deshalb das ist gut okay ich meine es gut für euch preis aber ich weiß ich etwa irgendwie auf den letzten ich weiß nicht ganz wies aber top 3 ist das schon so rw ist ja mal gesagt ich habe die erste stricke naja ich habe bin schon drauf ob es ist gerade echten hohen sohn egal scheiß auf dem stream ja let's go menschen 74 vor ich gehe ich gehe ganz linke seite und nehme die coins geben das wort ist von links ich werde wahrscheinlich ganz rechts nehmen ich habe noch top 3 ich habe noch top 3 ich habe noch draußen auf 8 was mache ich was mache ich was mache ich was ich lasse auf 1 Ich fahre sie weg. Danke. Turn of 6. 7. Bin weg. Ah, ich bin auch weg. Zieht sie 2? Triple Green ist auf 8. Stell doch, pass auf. Ich krieg die grad nicht los. Bin nicht mehr 2. Ich hau die jetzt rechts weg. 5 hat nur weg. Bin wieder 2. Ich hab einen Star auf 8. Top 2 immer noch. Ah, da wurde mir gestealt. Ja, der Knochen-Bowser hat ihn. Ich muss meinen Augen zu holen. Hast du mich, Reudo? Vorsicht, Vorsicht. Oh, da ist noch mal ein Star. Sehr schön. Nein. Ich hab die Rücken geworfen. Ist nach vorne und dann bist du in die Luft geflogen. Bist du letzter, Lars? Ja. Okay, vielleicht kriegst du ja einen Schock. Ich halt mal den Stern. Ich hab triple Greens auf 6. Red Blue auch. Ich werf die mal nach vorne. Ach komm, ich ziehe es mal. Sternan. Oh, ich hab glaube ich alle 3 von denen ge-greent. Ich bin jetzt 7. Irgendwie 5 hat triple Reds. Wäre es 1 auf 2? Ich erschrecken, Schödo. Ich komm mit Goldie. Ja, da hat triple Reds. Ich bin jetzt der fünfte. Ja, Rollo kann ich in Bale? Mhm. Bale 11. Oh, habt ihr euch schon? Nee. Wir sind top 2 grad. Nee, du kannst... Du bist last, oder? Dann cheese. Dann cheese. Der war close. Nein. Ja, sollte ihn erreichen. Ja, let's go. Perfekt. Cutbacks für mich. 2,34. Ja, er kommt noch ins Ziel. Schade. Danke fürs Schalten, Rollo wieder. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich hoffe mal, ich habe niemanden mehr im Bale gefakt. Okay, 1,4, 6,7,8. 6,7,8 ist schade, das war schade. Oh, Mann, oh, Mann, ich sollte das Spiel erst quitten bald. Ey, was soll ich sagen, Mann? Beschwer dich nicht. Oh, Gott. Vor ein paar Wochen werde ich noch explodiert. Was haben wir nochmal? 1,4? 6,7,8,12. Ja, ja. 1,4, 6,7. Oh, Mann. Wir könnten... Schlagt mal vor. Ja, Tem oder Yoshital oder so. Keine Ahnung. Gruselwusel. Wir waren einfach. Tem, Tom. Wir haben einen Feuerblumenkopf. Okay, die gehen dann bis sie. Ah, nice. Ah, perfekt. Ich kann sie zwar nicht runnen, aber halt für euch ist es perfekt. Zum Vorkommen. Hört ihr mich noch? Ja. Okay. Ich fahr rechts. Die sind eins. Eins. Äh, ich bin eins. Ja, der hat einen Trailer hinter dir. Gott ist der langsam. Ich fahr rechts. Der Typ hat den schon. Die zwei. Bist du eins? Ja, ich bin eins. Ich bin eins. Ich werde doch dann... Zwei Reds draußen auf fünf. Ich trade, ich trade. Ich schöpfel's auf acht. Ich werde hier kann nicht mehr. Hat auch elf. Ah, die Bombe! Ach Mann. Ja, die, die, ja, die, das war die, das war der. Ich hab wieder einen schwimisch Kippe. Sieben. 1 7 Ich nehme das Double Ich gehe links Ich gehe links Mensch, die hat Boomerang hinter dir Machen wir es dann los Ich mache Ghost Ich fahre links Ich fahre links Noch, äh, willst du es Double? Wirst du es Double? Nein, nein, nie Okay, nehme ich Blue kommt, Vorsicht Blue kommt Ja, ich fahre weiter Geh runter, geh runter, geh runter Okay, ah, es war lag Ja 9 1 6 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 ich war links was darf ich backspin ich war recht die halten blue belofte ein last habe ich bin im ghost ich hatte triple queens auf drei blue kommt sie cut auf fünf ja schaut sehr gut aus das ergebnis aber 3 4 5 jedenfalls ich bleibe mir spontan an bäumen hängen zu nehmen 3 4 5 7 8 10 gegner das ist nicht so tragisch vielleicht leicht minus wenn überhaupt 0 auch nur so wieder kraft ist anschein die ist noch nicht Oh nein. Oh nein. Okay, komm, bitte. Was wär der Gegner? Ich seh's grad noch nicht. Eis, Eis. Eis, Eis. Oh, cool. So, manchi, da kannst du zeigen, was du da passt. Allen seine große Liebe. Eis, Eis, Outpost. Oh, Mann. Es kommt auch noch. Hier Spaß. Warum? So, vier und noch, let's go. Ja, ich bin grün. Ach, ja. Das ist der nächste Start. Kann er ein Reckwert haben. Glauben. Wurde weggebumped. Bin jetzt zehn. Achtung, Rollo, der hat ne Reds hinter dir. Bisschen. Schade von uns. Wow. Gegner. Ich ready. Warte mal. Ich bin neben dir. Okay, passt. Ich halte. Ja, aber ich halte. Top drei. Vier. Alter, hier im Lägel. Sehr gut. Autos. Ich bin, glaub ich, gleich weg, weil ich hab keine Alte bezogen. Bin, glaub ich, nach sechs, sieben. Also seid ihr Top vier noch? Ja. 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 Da kommt der Green vor vor sich. Ich komm, Rollo, pass auf. Immer nach hinten schon, vor sich zu Hause. Äh, was? Alter. Na ja, das war die Reds. Woah. Ah, la, sorry. Ich hab niemanden. Ich hab geradet. Ich bin von der Daisen. Endspy. Fünf. Ah, das war... Elf. Oh Gott, sechs. Ah, Bananegrün. Oh mein Gott, bin hinter dir Shadow. Äh, komm mal vorbei. Nee, okay. Oh nein. Ja, ich hab eigentlich alles gut geklippt. Äh, Top vier noch. Ja. Top vier. Oh, wir halten die Sterne, ne? Ich seh schon die Flugpassage. Ich brauch keinen Doppel. Ich nehm. Stern auf acht. Ich nehm Stern dritten. Stern auf acht. Okay, passt. Gut. Top drei. Top vier. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh Gott. Ich hab noch zwei... Top vier, sieben? Sechs, sieben? Sehr schön. Sehr schön. Richtig stark. Sehr schön. Richtig stark. Das... Das... Das war sehr wichtig, ja. Hm? Alter. 104, vorne noch drei Rennen. Let's go. Ein Rennloch und ist uns eigentlich zu sehen. Ach, ist aber noch großartig zum Brandon übrig. Wir halten noch... Bitte kein Mount Vario. Ja, was wollt ihr denn? Oh ja, stimmt. Wasserpark. Wasserpark, stimmt. Die hatten wir auch noch nicht. Können wir nicht mehr mit. Denken wir da auf eins? Warum nicht Wasserpark? Jo, let's go. Ja, die ist in letzter Zeit so selten dran gekommen. Da kann man die schon mal vergessen. Das stimmt, das stimmt. Äh, wie... Ist hier noch drei übrig, oder? Äh... Jetzt kommt Rennen 10, ja. 10 auf 12, ja. Alter, wenn wir nicht komplett reinscheißen, haben wir das. Ja. Wenn wir jetzt ein richtig gutes Rennen machen, dann ist es eigentlich schon der Desider. Die können maximal plus 80 aufhören in den letzten beiden Rennen. Es zeigt auch, wenn wir nur ein ganz leichtes Minus machen. Wir führen gerade mit über 100. Ja, ja. Die können maximal plus 80 in den letzten beiden Rennen machen. Deswegen müssen wir das Rennen jetzt gut über die Bühne bringen, dann haben wir's. Ja. Ja. Und vor allem auch wegen dem Dreckenvergleich. So gut es geht, natürlich gewinnen. Das ist klar. Natürlich. Falls es drauf ankommen sollte. Ah... 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 Die wissen, was für einen Schmutz man wählen soll, um den Gegner abzufacken. Echt so, ey. Oh, sie haben keinen Bock mehr. Na, dann würden sie Baby wählen. Ach so, Asozial sind sie dann auch noch nicht. Die sind in Ordnung. Ich kann die übrigens nicht, weil das bin ich wahrscheinlich weg. So, let's go. Ach gut. Ich habe einen Schmutz. Ich hab's jetzt. Achtung. 2, 3, 4. Du auf den Greenverachtung schon. Jo. Okay. Ich bin weg. 10. Warte vorweg. Der eine hat ne Bombe, Vorsicht auf 6. 2, 1, 3. Top 2. Bin 1 auf 4. Ja, der hat mich gleich. Hm. Ich hab's überlebt. Wer jetzt schon fliegt. Ich zieh. Vorbei. Top 2. 4. Bin dicht dahinter. Ich bin dicht dahinter. Der Gegner hat es vorhin geschmissen. Da ist ne Banana nach der Ding. Ich hab ne Bombe. Ich geh rechte. Halten, halten. Ja, 6, 7 von denen hat immer noch ne Bombe. Der hat immer noch ne Bombe. Ich hab Fire... Der hat jetzt auch ne Bombe. Der hat ne Bombe geschmissen. Achtung. Ja, die ist weit rechts. Oh, die Bombe. Ich hab ne blauen. Ich hab ne blauen. Ich bin 1. L, du bist 3. Ja, du bist 3. Ja, du bist 3. Ja, 2, nein. Achtung, ich red ihn. Bananefrocker. Hab ihn. Menchie ist 2. Top 2, 4. Hab ne Hooper. Da ist ne Bananen rechts bei der Ziellinie. Achtung. Triple top 7. Top 2, 4, 5. Menchie hätte ein Horn. Wir könnten es auf jeden Fall probieren. Bei mir ist wurscht. Patrick, ich bin rechts. Jo. Da ist ne Banana. Achtung. Da ist ne Banana aus seinem Boostpad. Ja, wir können es machen. Ja, dann. Dann geht's. Ja, ich hab ihn runter. Nice. Top 3. Ich hab nichts gesehen. Mensch, ich bin hinter dir. Oh, hab gedocht. Hab gedocht. Das war schon. Das war Blue Cancel. Achtung. Ah, leck mich. Achtung, Rollo. Uiis. Nein. 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 Nein, der Bullet. Das gibt's nicht, ey. Ja, der Schock. Alter, wer hat die Triple Greens back spammed? Ja, wir haben alle Med-Spots. Das gibt's doch nicht, ey. Am Ende komplett durchgenommen. Voll. Davon kann ich heute ein League nehmen. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Selbst wenn sie jetzt zweimal Top 6 holen, haben wir mindestens mit 20 gewonnen. Also passt's. Gut. Ich hoffe, ich hab Rollo nicht mit dem Bild. Okay, ne. Ne, der Bild hat mich zerstört, aber egal. Sorry, Paddy. Passt schon. Passt schon. Wir haben es gewonnen, heute Items zu schnitten. Äh, drei. Drei und dann, glaub ich. Äh, fünf. Fünf war ich glaub am Ende. Ja. Wir haben alle Med-Spots. Ja, kann man machen. Welche? Joschitaal können. Joschitaal? Joschitaal der Sunshine, ja. Okay. Stark, beide matches gewonnen. Einmal. Ja, beim ersten müssen wir noch warten, wie gesagt. Aber normalerweise hätten wir das gewonnen, weil das war ja deren Schuld. Ja. Wir hätten ja pünktlich um 10 starten können. Wir haben aus Kulanz dann noch gewartet, aber das nächste Mal starten wir pünktlich um 10. und das wir solche Diskussion nicht mehr haben. Ja, wenn sie jetzt uns ne Penalty reindrücken wollen, dann sagen wir halt, ihr seid 2 Minuten zu spät gekommen. Also hätten sie hier eigentlich auch ne Penalty kriegen müssen. Ja, deswegen nächstes Mal pünktlich um zu entstatten und wir haben diese scheiß Diskussion nicht. Äh. Ja. Ja. Dass es dann da wieder irgendwie Beef gibt. Vielleicht eigentlich Sternen hat von denen so einen Spieltag. Okay. Was? Vulkan? Ja. Oh nein. Ja. Let's go. Haha. Ich schule mich mal vorbei. Ja. Wie viel? Was bist du 10? Ich bin 3. Ich geh auf Top 3. Ich geh auf Top 3. Wenn du magst. Ich bin neben dir, Rollo. Ja. 9. Ich bin jetzt 3. 6. Boah. Ich geh vorne Cut. Ich zähle den Schuh Cut. Ich geh mal vorne aufs Double. 5. Nein. Das war kackig. Ich bitte mich gleich 2 raus. Hm. Gegner Plant auf 4 oder so. Den 10. Ich bin jetzt 5. Bin 4. 5. 2. Ja. 5. Ich bin weg. Ich bin jetzt links. Ah. Sorry. Wer ist 6? Ich bin auf 6. Ok. Passt. Äh. 4, 5. Ja. Wieder 6. 7 jetzt. Ähm. Ich würd. Du könnt. Wir sind halt 4. 1. Doppel auf 8. Red draußen auf 6. Oh. Ready? Oh. Ich hab ihn. Vorsicht. 9. 8. 10. 11. 10. 11. Ich hab ein Bill. Ich hab ein Bill. Ich geh gleich in den Bill rein. Welcher Spot? Bin Bill. Bin Bill drin. Alter noch nicht bei der Passage. Doch nicht bei der engen Passage Ellen. Da räumst du das ganze Feld ab. Ach. Nächstes Mal bitte brauchen. Haben wir 1? Ja wir haben 1. Oder? Ja. 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 Oh nein. Ah doch. Scheiße scheiße scheiße. Scheiße scheiße. 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 Top 2. 6. Top 2. 6. 11. 12. Ah ja. Und Ellen. Sorry für die Red. Ich mein du hast gesagt dass du vorbeiziehst aber ich hab gesehen dass jemand vorbeizieht aber. Puh. Na ja. Letztes ran. Ja was wollt ihr? Mensch was willst du? Ähm. Hm. Hm. Keine Ahnung. Ja was kannst du denn fahren? Ähm. Ich. Wollen wir NBC gehen? Wenn ihr wollt können wir das machen. Okay. Okay. Dann übernimmst du. Großstortfieber. Okay. Äh. Alter. Mal bei dem Trend würde ich sagen. Der Trend is your friend. Jetzt musst du Roller zeigen was du drauf hast. Ich brauch das nächste Mal mehr Glück weil Glück hab ich heute nur 2-3 Mal gehabt. Ach Glück ist überbewertet. Hm. Echt so. Äh. Wenns wenigstens bisschen ausgewogen wäre wäre schön. Aber naja. Davon kann ich nicht träumen. Also Hauptsache gewonnen ist das Wichtigste. Ich würde den oder? Ist top 3? Alter... Ty Siches. Ich bin 4 der alphazer auf Acht. mold. Guck mal richtiguted. Du gehst mir das mit Doppel. Ich bin 3 neu niemanden dran. Ich bin auf V-3 mit fährst I Ich bin ganz links, auf 5 Ich versuch die mal vorne zu euch Ich geh auf linkes, ah scheiße Ah, sorry Der eine hat ne Bombe Warte Lars, ich tue noch nicht Wo kommt die denn? Ich werf die beim Fliegen weg Triple Greens auf 5, Vorsicht Ich hab nen Ghost Ich hab nen Ghost Ich hab nen Ghost Ist er weg Ich setz meine Schuhen sein Achtung Rollo, ich komme Ich versuch den einmal zu Snipe, ah schade Achtung Banane beim rechten Double in der Nähe Ratchet, ach komm Hat sie Gegner hat Top 3 2 3 Ich hab nach dem Schwum Triple Kann ich Ghost? Ja, kannst du es Okay Ah, oh na Verdammter Arsch Ich geh auf linkes Double auf 5 Hallo, ich bin hinter dir Ich zieh Cut Triple Shrooms, alles Cut 4 Triple Greens 4, 5 4, 5 4, 5, 6, 3 Ich bin hinter dir Lars Ich bin hinter dir Lars Ach, hier aufs linke Ach, verdammt Ich bin hinter dir Lars noch 3, 4, 5, 6 Gutes Race Nein Schade Ach, was soll ich das heute noch sagen Ey, wirklich Ich mein, der hätte entweder dich oder mich treffen können Mich trifft alles heute, es ist echt zum Heulen Wirklich Loll, Menschi Tai Ah, GG's Leute Naja, es fangen andere die Punkte holen, ist es mir egal Dann schluck ich halt 1000 Items Naja In our party Die sind beide unten Alles gut GG Im ersten Match war es sogar noch schlimmer Nein Ja fürs Ihr 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 板